Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Wohnhaus steht in Flammen. Am 11. Februar wurde gegen 15 Uhr die Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Straße auf dem Hohn in Hennef gerufen. Die 48-jährige Hausbesitzerin, ihr 27 Jahre alter Sohn und ihre 72-jährige Mutter wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro.